Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Among Us hier auf meinem Kanal und wir starten noch nicht weiter. Uh, und Besatzung unter und dritten Fall gleich da noch mal los. Äh, mein Kind im Kater. Oh, mein Kind im Kater. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier. So, ich bin sicher. Soh, ich bin hier, ich bin hier. Soh, ich bin hier. Das war's für heute. Violett, du Verräter! Ich hab' dich gesehen! Wo war's das? Ganz bestimmt. Nein! War Violett! Das war's für heute. 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 Nein! Nein! Warum glaubt mir denn keiner? Das war's für heute. Du, ich werd' dich noch bekommen. Ich werd' dich noch bekommen. Du! Oh! Irgendwas da! Nein! 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 Das war's für heute. was wird los hr kompetenleitungen hr es ist ein bisschen wie ich habe mit euch ein bisschen mehr Humor erwartet aber ich glaube immer noch dass du der mörder bist oder der verräter ja du bist der verräter ich sag's doch 3 gleich nächster und so, machen wir kein neues Pässel hier, sondern machen wir ihn auf, joa tut mal sehen, wer ein Wikinger oder so so machen wir mal mit Käppi so, Skillen, nur voran heißt das nicht, kein Skill, keine Freude? wenn ja, ein neues mep 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 Naruto gibt's hier jetzt eh, okay no, ich hab wenn der Mörder jetzt Naruto ist, ich würd lachen an wie ich bin ich bin ich bin die leichte ja bis hin das nächste ja auch nicht Auch nix Oh nein Ich brauch's nicht Der sieht mir doch verdächtig aus Der Lämmel kann schon mal nicht wissen, denn hier hab ich ja gesehen So, hier wird es mal keine Aufgaben Echt, jetzt ist das denn die Waffen? Ja, so, versteh ich ja Die Kommunikation Kommunikation? Moin Eurel Cafeteria Moin Eurel Moin Eurel Melanchol Moin Eurel Okay, I'll use Kaina Schilder, ok? Wieso ist hier ne Tür zu? Schilder, schilder, schilder. Das kann doch nicht nein. Das kann doch nicht nein. Ich würde mal sagen, ja. Nein! Aber das ist nicht gemein gewesen. Das war jetzt aber echt gemein. Leute. Jetzt traut sich keiner mehr, ne? Hä? Was willst du Zico? Ist aber die Richtung geändert? Was ist los? Pink? Reis. Puh! Also, ich hätte echt vergeben. Aber der hat nicht. Guck mal, dich. Ja, tschuldigung. What? Hälpfähig, boah, das ist klar. Naja. Es gibt Schlüge. Naja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Mir hat es nämlich das Spiel auch gefallen. Das war sehr erfolgreich. Naja, zum großen Teil jedenfalls. Und, jo. Wenn ihr mich unterstützen wollt, ein Abo und ein Daumen, wenn nicht verkehrt. Kommentare sind immer herzlich willkommen. Wir sehen uns das nächste Mal. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.